Es ist eine Reise in die Vergangenheit mit den technischen Möglichkeiten von heute. 40 Jahre nach ihrem letzten Konzert steht die schwedische Popband aber wieder gemeinsam auf der Bühne. Nicht live-haftig, dafür aber computeranimiert in 3D und täuschend echt. Gestern Abend war in London Weltpremiere mit den Songs von damals und aber im Publikum. Neue Songs soll es nicht mehr geben, wohl aber weitere Konzerte mit den Avataren. Sie stehen auf der Bühne, als seien sie es leibhaftig. Es ist eine bemerkenswerte Illusion. Der Gesang stammt von Aufnahmen von früher, aber selbst ist eine Animation. Das Publikum reißen sie mit. Zur Premiere ihres ersten Konzertes nach 40 Jahren sind die heute über 70-Jährigen nach London gekommen, quasi als Gäste ihrer eigenen Show. Vielleicht sind wir jetzt besser. Auf der Bühne sind wir besser als früher, ja. Über Wochen haben die 4 ihre Songs vor 160 Kameras aufgeführt. Jede Bewegung bis ins Detail aufgenommen und zu einem Computerabbild werden lassen. Rückdatiert in die 70er Jahre sind es Avatare, die auf der Bühne stehen. Andere werden es bald nachmachen. Aber wir, ABBA, waren die Ersten. Und das ist großartig. Gut anderthalb Stunden dauert die futuristische Retro-Show. Wahnsinn. Ich dachte, ich kann ABBA anfassen. Ein, zwei Lieder und man ist 40 Jahre zurück, wieder jung. Ein Jahr lang bleibt die ABBA-Arena in London, um dann womöglich in eine andere Stadt umzuziehen. Bischofskraft.